Ja, herzlich willkommen hier bei der Fortuna Academy und zwar habe ich jemand ganz besonderen heute vor uns mit Fritzi sozusagen, Caroline Joos-Kilbert. Sie kenne ich auch schon seit Jahrzehnten, kann man fast schon sagen. 20 Jahre fast. Ja, genau. Also eine ganz wunderbare Verbindung und vor allen Dingen auch ja ein Expertin zur kraniosakralen Osteopathie und ja eigentlich noch in verschiedenen anderen Bereichen, nämlich auch Hufen und Sätteln. Aber das gehört ja immer im Paket mit dazu. Und hier habe ich euch jetzt die Möglichkeit gegeben, ihr Wissen ja mit euch zu teilen, nämlich beginnend mit dem Thema Hufen und dem Hufbein, weil es ja immer wieder die Herausforderung gibt. Ja, wie soll denn jetzt der Winkel vom Huf sein? Wie ist denn dann das Hufbein angewinkelt? Muss das individuell angepasst werden oder ist das Hufbein immer im gleichen Winkel? Und dazu erzählt uns jetzt Caroline mit ihrem Experten Wissen mehr. Ja, liebe Caroline, vielleicht kannst du dein Wissen mit uns jetzt ein bisschen teilen darüber und das Ganze mal auflösen. Die vielen Mythen vor allen Dingen. Danke. Also ja, es ist alles nicht so einfach und ich selbst mache seit 2002, habe ich erst mal mit Akkupunktmassage nach Penzel angefangen und habe das dann 2004 auch erweitert mit kraniosakraler Osteopathie. Zwischenzeitlich noch so ein paar andere Abstecher gemacht in verschiedene Sachen und ich habe auch 2004 einen Hufbearbeiter geheiratet und insofern wächst man da auch rein und also bis 2004 war eigentlich so mein Problem. Ja, man kommt zu einem Pferd und man sieht Probleme und man sieht eigentlich, dass der Huf mit Ursache von dem Problem ist. Das Pferd steht fast 24 Stunden am Tag auf seinen Füßen und dann kommt man da hin und kriegt erklärt, naja, die ganze Schiefe von den Füßen kommt halt von oben vom Rücken. Und die Logik hat sich mir da schon nicht so ganz erschlossen, weil wie gesagt, das Pferd steht halt ganz viel auf den Füßen und alles, was schief ist. Also wir sehen es bei uns, wenn ich mich jetzt eine ganze Weile auf ein Bein stelle, dann verzieht sich meine ganze Wirbelsäule und entern Strich versuche ich das über die Schultern auszugleichen und kriege einen Knick links in der Hüfte. Das merken wir beim Reiten, das merken wir beim Stehen, das merken wir beim Gehen, das merken wir dann die ganze Zeit. Das Resultat bei uns ist ein Beckenschiefstand. Wie ist das beim Pferd? Ja, beim Pferd muss das auch irgendwelche Auswirkungen haben. Das große Problem ist, okay, der unterste Knochen, das Hufbein, ja, das ist ein Knochen theoretisch aus osteopathischer Sicht wie jeder andere Knochen auch. Das Hufgelenk ist ein Gelenk wie jedes andere Gelenk auch. Aber die Herausforderung ist, wie kommt man da dran und wie man da dran kommt und was der Idealfall ist und alles. Also wir reden hier wirklich ganz viel von Idealfällen. Ob man da wirklich bei den Pferden hinkommt, weiß ich nicht. Muss man ausprobieren, muss man mit den Hufbearbeiter drüber reden, muss man einen Plan entwickeln, muss aber überhaupt erst mal wissen, wo man hin möchte. Und dieses Ziel, wo man hin möchte, also das versuche ich heute euch ein bisschen näher zu bringen. Dass ihr dann zusammen mit euren Hufbearbeitern, vielleicht einen Lösungsansatz findet, vielleicht einen kompletten Lösungsweg entwickeln könnt. Ja, vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt auch gleich mit dem nächsten Video in die Tiefe rein. Du wirst uns nämlich dann schon mal anhand deinen Präparaten auch ganz visuell erklären können, was da Sinn macht oder nicht. Und natürlich anhand von Fritzi als kleines Beispiel, der schon kaum abwarten kann, bis es dann dran ist. Bis gleich!